Oh Gott, Mahlzeit. Das ist das Lied von Kettenwegenmarsacken. Das ist kein kleines Kuchler. Oh, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Fahr mal nicht zu schnell, die flitzen hier. Ja, das kannst du mir dann mal schicken, das schicke ich dann auf den Zug und sage, ich habe mir dann von Parme. Okay, dann pass. Leute, gibt es was zu essen? Gibt es was zu essen? Hat keiner Hunger? Alle? Aber Lost Paradise Park, das ist nichts zu essen. Ich gucke erst mal was zu essen. Oh, hier. Die gehören nicht dazu. Mein Gott, Sie sind ja perfekt. Nun fragen Sie doch mal. Ich brauche für meinen Artikel noch ein Foto. Sind Sie das häufig einmal zu lecker? Perfekt. Also ich trau mich nicht, da richtig durch zu gehen. Ich würde sagen, wir essen erst mal was. Verdammt, ist das Dunkel hier. Und mich haben auch schon tatsächlich so einige Tischten erschreckt. Und ich bin ein absoluter Horror-Fan, aber wenn du mittendrin bist, ist das, da, guck mal, ist das echt scheiße. Scheiße, ich bin dabei, warte mal, und wie geht's da hier mit nicht? Hier sind die Künstler hier. Wie gesagt, sie schmeckt besser, wenn sie das Würstchen in Rattel macht. Aber Maike, du könntest ruhig mal lächeln. Geht nicht die Schminke kleben. Beweisfotos. Wir essen was. Scheiße, ich kann nicht groß. Leider ist mein Finger dabei, weil, ist so. 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 Passend dazu haben wir vollen Wohnungen. Wo waren sie? Wo waren sie? In der Ewigkeit. Das ist vielleicht eine langsame Legende. Das ist gleich schön, wie viel Spaß damit haben. Vielleicht sollten wir zusammen Spaß damit haben. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin nicht schreckhaft, ja, aber jetzt habe ich jemanden beloofd. Sofie. Sofie. Set! Schnell weg! Best friend eigentlich! Platz, ein Spezial. Platz, ein Spezial. Schnell weg! atz. Maler! Schnell weg! 115-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5f5-5-5-5-5-5-5-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-7-6-6-6-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7! Das ist ja süß! Haha, naja, das ist ja geil Ist der Brunsswörst hatcher, der Wind? Lassen Sie sich die übernatürlichen Lesen von unserem Menschen fertig machen? 30 Minuten! Quatsch! 26 Minuten! Ach, Dix drückt 13! Machst du gerade ein Video? Nein, natürlich nicht! Was denn? Horrorfilmen gucken, das ist sehr entspannter. Wir sind jetzt hier mitten drin, ja? Was ist denn hier? Ach, Mann! Genau! Aber du kannst doch fahren, ja? Ich mag welchen Kupfen gar nicht, Alter! Nein, du bist nicht schneller als ich! Du lässt mich hier nicht alleine! Hör mal, das ist aber auch hier eine Geburten... Warte! Oh, irgendwo rinnt wir da! Ich hab das Gefühl, das Gartenband ist! Posi-Bloch in Babelsberg! Ich habe nichts gemacht, Kerstin! Ich hab das Gefühl, das ist so! Alter, Alter! Ja, Mann! Tanja, wir sind mitten drin! Ja, und wir mussten auf die Uhr gucken, ob wir überhaupt lehnt rauskommen. Und denk dran, nichts anlecken! Nicht beißen! Angeleckt meins! Abwarten! Patsch nicht laut! Oh, mach hin, wir dürfen nicht mit! Die gehören zu uns! Die wechseln aus dem Kopf! Ja, ein bisschen! Also entweder der Vorhang beiseite halten, oder sie sollte rückwärts gehen, sonst hat sie die Frans vom Vorhang gemäßigt bleiben! Ach, für, für! Hey, nur die Harten kommen in die Harten! Und rein mit euch! Ach, du Scheiße! Ja, dann! Willst du vor? Ich bin ja, das schafft die! Sie wollte hier hin, die schafft das! Ja, ja, los! Aber nein! Oh, jetzt stinkt das hier! Warte, warte, warte! Nicht so schnell, nicht so schnell! Du bist zu schnell! Du bist zu schnell! Oh, Scheiße! Oh! Was? Oh, okay! Ich hab mal wieder mit, was du magst! Was? Ich werde es in der Nähe! Ich werde es im Grunde genommen gehen! Ich werde es in der Nähe! Ja, ich habe es in der Nähe! Ja! Ja, ich werde es in der Nähe! Ja, ich habe es in der Nähe! Ja! Warte, 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 wir müssen da lang, da lang, da lang, wir haben den Weg gefunden. Wie, geh mal vor. Warte, 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 meine Füße. Ja, doch. Warte, 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 meine Füße. Nächste, Franse. So, jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht, hier lang. Ja, bewegt mich. Ich sehe nichts. Wir dürfen sie nicht anlecken. Da sind ja neue Gesichter für die Stacy unterwegs. Wollt ihr euer Gesicht ausgeben? Nein. Wollt ihr mal hochfahren sein? Oh Gott, ist das so. Eva? Geh mal vor. Von wegen? Ich sehe ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich weiß nicht, wo der nächste gerade rauskommt. Wir sind hier. Warte, 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 ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich da rauskommt. Ah, Pola! So, schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt ist alle an Eva fest. Oh! Oh! Warte! Und Eva voran! Sonst war die, Eva. Oh, da musst du mich vorbeilassen. Okay. Oh! Hubbel, hubbel. Oh! Hier rum. Was? Hier rum. Ja, hier rum. Ja, hier rum. Ja, hier rum. Kein Notarzt. Lass sie liegen. Hat sich lange erledigt. Wie war das, wenn man sich quält? Vorsicht, es geht eine Stufe runter. Wollt ihr mit mir Gesichter tauschen? Ich bin... Oder ist sie? Oh Gott. Wie hat das hier? 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 Ja, wir sehen nichts. Wo müssen wir hin? Ich bin lieber nicht drin. Vorsicht, hinter dir ist jemand. Und wir sind schon wieder allein. Oh Gott. Hieß das nicht gerade eben noch Monster-freie-Zone? Ja. Ich bin sehr lieb. Ich bin sehr lieb. Da leuchtet der Strich. Ja, ganz bestimmt soll ich vorgehen. Du bist so lieb. Weiter, Eva? Oh nein, ich mag es. Hören Sie auf! Stopp! Hier ist wieder ein Spiegel. Dürfen wir hier durch? Müssen wir geradeaus? Wo müssen wir hin? Ihr seid so gewalt. Hallo! Einmal ums Eck? Warum hast du keinen Lust an deinem Ding? Du darfst mir folgen. Wenn wir das das nächste Mal machen, habe ich eine Warnweste an. Ich gehe! Na du? Du bist aber schick aus. Und du aber auch. Dankeschön! Haben wir zusammen D-Mann beschworen? Ähm, geht nicht. Warum nicht? Ich bin noch am Arbeiten. Morgen? Scheiße, ich sehe dich überhaupt nicht. Es ist alles so dunkel hier. Morgen finde ich gut. Ja, morgen zum Dämon beschwören. Ja, morgen zum Dämon beschwören. Warte, warte. Nein! Kein Durchgang! Kein Durchgang! Kein Durchgang! Oh, schau, wir dürfen mit. Hallo! Wo lang? Oh, schau! Der rote Teppich! Wir sind richtig! Mal schön um die Ecke gucken! Da vorne steht was! Ja, da steht, da kommt was! Oh Gott! Okay, okay, okay! Warte, Exit! Hier steht Exit! Ja, dann gehen wir vor! Ja! 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 Hier dürft die Tür zu machen! Da stand gerade so ein Schrank vor mir echt, da bin ich voll erschrocken. Der sagte nicht, Herr Klotz, komm, weiß ja wie. Ich quatsch dir mal an, ich quatsch dir mal an. Ja, eine Kerzchen, ja, abgehärtet. Ich kenne Techniken. Ich bin auch noch super. Aber jetzt erst. Schade eigentlich. Und ich will es so, wie. Tell me, warum, ain't nothin' but a holiday? Tell me, warum, ain't nothin' but a mistake? Tell me, warum, I never wanna hear you say. Please, I am the rock you are. 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 I don't wanna hear you say. I am the rock you are. 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 Fahre doch rückwärts, das ist doch ein Geisterfahrer. Ich glaube, ich habe die schon gesehen. Geiles, Annika hält sich am Wagenfest. Ich habe die Schreiber. Nein. 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 Oh. 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 Das ist was Feines, ne? Das ist was Gutes. Das sind aber auch Spielverderber, die die Regeln machen. Wer sagt dir denn, anlängst es mal unten? Das ist eine ganz neue. Das ist da hinten. Ich will ja nichts sagen, aber die lassen uns schon wieder alleine. Hey. Geh du mal schon vor. Geh mal vor. Hallo. Geh mal zum Doktor, oder? Ne. Der Doktor ist weiter. Einfach durchgehen. Ohne Termine. Unbe는 ein garter Mickey und schädige Unterstädung. Ohne Termine. Ich weiß nicht, dass du das. Ich bin einig. Aber ich muss die Äpflegen sind. Ich habe das Auge gefunden. Wo sind die beiden? Pass auf, sie kommt ab. Guten Abend. Hältst du dich fest? Ich halte mich fest. Und guck mal das Auge. Es verfolgt mich. Warte, 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 ich weiß nicht wo es lang geht. Ich auch nicht. Nein, da nicht. Also da. Ich weiß es nicht. Geht es da weiter? Und jetzt. Sollen wir den beleuchteten Weg lang versuchen? Schaffst du das? Klar. Mach mal hier so ein U-Turn, so ein Lustchen. Ihr müsst mal ein bisschen Platz machen, schätzelein. Hier guck mal. Man muss mit allem rechnen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich laufe nicht. Hier, hier, hier. Auge raus. Sag mal, der hat aber Glück gehabt, oder? Ja, wo lang? Äh, da. Nein, hier lang. Oh, schau. Wie passt denn? Warte, lass dich vor. Warte, noch nicht. Machen warte. Guck mal, da ist es hier, du. Ich habe ja nicht saubt. So, klasse, liebe Dage. Hier ist dein Schips. Ja, wunderbar. Wunderstand toll. Ich soll aufsetzen, aber alles auf. Danke, ich setz dich mal auf. Da ist es in der Kirche. Ich sehe es nicht. Das Geilste ist der Mond, Kinders. Ich wollte nicht in den Busch. Ich will auch so eine Tonne in meinem Garten haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist hier der Trauermarsch von irgendjemandem. Wir gehen alle mit, alle sind dunkel angezogen. Was sagt, dein Akku hält noch? Wir gehen alle mit. Wir gehen alle mit. Atención. Ich habe das nicht mitgekriegt. Der Rollstuhl soll hier hinten rein. Okay, danke. Wo ist hinten? Nehmen wir bitte den Eingang. Jawoll. Na toll. Komm mal dein Leben draus. Ach du Scheiße, was klappert denn da hinten? Völlig egal, das klappert, weil wir da wieder 5W40 drauf machen müssen. Äh, hier rein? Guck mal, Toiletten. Toiletten. Ja, später. Oder? Wollen wir das jetzt schon machen? Nein. Hier sind die Toiletten. Können wir jetzt mal jemanden was sagen? Ach guck mal hier. Eine Show. Eine Show. Das war ja klar, mal hier ist. Super das. Was war auch stayed in der Ingenie Margarets mit dem Markt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017